Herr van Damme, tolle Neuigkeiten für Mobilfunkkunden der Deutschen Telekom. Ab dem 19. April beginnt für viele eine neue Zeitrechnung. Können Sie ganz kurz erklären, was genau passieren wird? Ich glaube, wir kennen alle das Bild. Unsere Kunden sind viel unterwegs. Unterwegs hören sie gerne Musik, schauen auch gerne Videos an und das machen die auch sehr gerne über Streaming. Das bedeutet, dass die Zugriff haben auf sehr viele unterschiedliche Inhalte. Das haben wir frühzeitig anerkannt. Wir haben damals Spotify introduziert. Das bietet die Möglichkeit, über Streaming Musik zu hören und das ist ein Dienst, der von unserer Kunde sehr gerne benutzt wird. Das klingt soweit ja erstmal ganz gut, wenn da nicht das Problem mit dem Datenvolumen wäre. Man kennt das ja, man hört Musik, bis die Kopfhörer rauchen und dann ist das Datenvolumen auch gebraucht und es geht im Schneckentempo weiter. Was machen Sie denn dagegen? Erstmal Schneckentempo. Ich glaube, das geht noch einigermaßen, aber Sie haben natürlich recht. Wenn man viel Daten benutzt, dann ist das irgendwo schwierig und dann merkt man, dass die Geschwindigkeit nicht mehr so hoch ist. Auch das haben wir frühzeitig gesehen. Wir haben damals Spotify so produziert, organisiert, dass die Daten, die benutzt werden, nicht auf die Tarife zugreifen, nicht angerechnet werden. Und das führte dazu, dass man im Prinzip das Produkt unbegrenzt nutzen kann. Das ist sehr gut bei Kunden angekommen. Leider müssten wir dann vor einigen Monaten das Produkt einstellen, diese Dienste einstellen. Und das hatten natürlich auch viele Kunden, die haben darauf reagiert, die waren enttäuscht, die haben sich bei uns gemeldet. Und auch da sind wir natürlich daran gegangen, um eine Lösung zu finden. Was heißt das jetzt konkret für die Kunden? Ab dem 19.04. werden wir die meiste Magenta-Mobiltarife erweitern mit StreamOn. Wir fangen bei StreamOn mit mehr als 20 Partner an und wenn man die Inhalte, Musik oder Video von diesen Partnern nutzt, dann werden die nicht angerechnet auf das normale Datenvolumen. Dieses Angebot werden wir natürlich erweitern. Wir erweitern es am Anfang schon direkt für unsere Magenta-1-Kunde, die dann auch Video in beste Qualität sehen können. Letzte Frage. Muss man denn ein langjähriger Geschäftspartner der Deutschen Telekom sein, um ein Angebot auf der Streaming-Plattform der Telekom realisieren zu können? Nein, ganz klar ist nein. Wir bieten die Möglichkeit für alle, die daran interessiert sind. Wir laden die auch ein, melden sie sich an bei StreamOn und da versuchen wir so schnell wie möglich auch die Inhalte für unsere Kunde zur Verfügung zu stellen. Vielen Dank. Gerne.